Dzień dobry, mein Name ist Mateusz Antoniak. Ich komme aus Polen und lebe schon seit zwölf Jahren hier in Deutschland. Ich bin hier auf der Film Acting School seit ein paar Wochen und habe schon eine Menge Sachen gelernt, vor allem auch über mich selbst, wie ich mit meinen Emotionen umgehen kann. Ich mache sehr gerne Kampfsport, ich verbringe sehr gerne meine Zeit zum Beispiel in der Tour, im Park, hier in Köln gibt es ja den Kröngürtel zum Beispiel. Ich mag es, meinen Freunden Zeit zu verbringen und auch Fahrrad zu fahren. Ich fahre zum Beispiel sehr gerne auf Rampen, springe ein paar Meter. Allgemein, ja, allgemein mag ich es hier zu sein.